Also erstmal hallo zusammen. Wir haben ja schon einiges, glaube ich, auch in unserem letztes Mal Release-Video gemacht, wo wir auch das Line-Up schon announced haben und ich würde gerne nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und euch auch nochmal sagen, was wir da halt auch alles gemacht haben und umstrukturiert haben. Einige haben es vielleicht schon ein bisschen mitbekommen. Wir haben mit Dustin Anfang des Jahres wieder jemand an Bord, der so sehr, sehr stark im Hintergrund gearbeitet hat und er wird jetzt hervortreten und wird halt ganz klar die Assistance-Coach-Rolle einnehmen, viele strukturelle Sachen auch im Coaching-Team machen, die Philosophie ganz klar mit Fatih und ich so ein bisschen federführend als Begleitung vorantreiben und ich denke, da haben wir genau die richtige Wahl getroffen und ich glaube, auch der Zusammenhalt, also ihr müsst wissen, ich weiß nicht genau welches Jahr, du musst mir mal helfen lassen, aber ihr habt ja gemeinsam, du und Mantou, sogar die Deutsche Meisterschaft gewonnen und habt da ja auch ein sehr gutes Verhältnis und gerade für die Eingewöhnung ist es von Mantou natürlich auch von Vorteil. Ja, das war so 2019, also sogar dreimal. Dreimal habt ihr die gewonnen? Ja, dreimal. Die erste Frage kommt von Sport von Nighthand Damage. Tatsächlich seguit die so ein bisschen auch von deiner Aussage. Wie sehr denn auch die Freundschaft und die Relationship von Dustin und Mantou, ja, wenn auch den Transfer oder auch die Entscheidung beeinflusst hat, Mantou zu sein? Ja, ich würde sagen, schon natürlich ein bisschen. Also, wir haben natürlich viel Scouting betrieben, wir haben uns viele Spieler angeschaut, haben sehr lange über den ganzen Prozess nachgedacht und ich habe sehr viele verschiedene Spiele analysiert und Mantou stand da auch ganz klar auf der Liste. Ich denke, dass er das Team sehr bereichern würde, einfach weil er halt ein sehr erfahrener Spieler ist, weil wir halt auch genau wissen, was wir mit ihm bekommen können, da ich halt auch sehr lange mit ihm gespielt habe und genau weiß, was er kann. Und konzeptionell würde er und wird er sehr, sehr gut in unser System reinpassen. Und ja, es sind viele Sachen, die dafür gesprochen haben, wo ich und ich glaube, das Team sich dann auch sehr sicher war, dass er der optimale Kandidat sein wird. Was für Qualitäten bringt deine Meinung nach Mantou? Also zum einen, wie gesagt, erfahren. Also er hat ja schon bei OG auf hohem Niveau gespielt, sehr lange. Damit hat er auch sehr viele Einflüsse aus dem Team, die er mit rüberbringen kann. Ich denke, das ist auch immer sehr gut, wenn man ein paar neue Sichtweisen bekommt, weil er hatte da natürlich auch verschiedene erfahrene IGLs und sehr viele gute Sachen sicherlich auch, die uns, denke ich, auch zugute kommen können. Wir haben mal wieder neue Perspektiven. Dann natürlich ganz klar der individuelle Skill. Ich denke, vor allem der Meta momentan in CS entwickelt sich so ein bisschen weg von der AWP oder beziehungsweise zu diesem Hybrid-Modus, dass eine AWP auch eine gute Rifle sein muss. Und Mantou war damals, für die, die es nicht wissen, immer eine Rifle vor der AWP-Zeit, also bevor er zu OT gekommen ist. Und er ist halt ein sehr, sehr guter Hybrid. Und dadurch passt er auch sehr gut in unser System. Und ja, und wie gesagt, ich denke, das größte Argument ist einfach vor allem, er ist kein Gamble. Wir wissen genau, was er mitbringt. Sehr disziplinierter Typ, der einfach auch charakterlich, denke ich, sehr, sehr gut in die Big Family passt. Also ich denke, das sollte alles so sehr gut klappen. Frage von Wizzy von eSports.com. Wahrscheinlich eher mal dich, Roman. Was waren die Gründe, die dazu geführt haben, das Roster dann doch schlussendlich sehr stark umzubauen, wenn es nicht nur ein oder maximal zwei Spiele ist, sondern weil es auch strukturell, auch hinter dem Team, wie du erwähnt hast, doch ein größerer Umbau ist? Ja, gerade wenn es um das Team explizit geht, muss man halt einfach sagen, dass wir das, was wir auch schon ganz klar gesagt haben, wir haben sehr viel Zeit darin reingesteckt, dass wir die Academy-Jungs dorthin bringen, wo sie jetzt sind. Und wir sind einfach der Auffassung, dass die Jungs jetzt von alleine gelassen werden müssen und zeigen können, was sie drauf haben. Und es war jetzt einfach ein guter Moment. Ich glaube, es ist halt einfach, das ist halt Sport und du brauchst halt einfach irgendwann mal auch frischen Wind, neue Leute, eine neue Konstellation, dass bestimmte Prozesse halt einfach wieder besser greifen und funktionieren. Also wir waren so ein bisschen in so einem Alltagstrott drin mit dem alten Team und wir kamen da einfach nicht mehr so richtig raus. Frage, die so ein bisschen darauf einspielt von Niklas Kleber, DPA. Eure Academy-Förderungen sind auf dem Level noch relativ unerfahren, wie du auch gerade herausgestellt hattest. Warum hältst du sie oder auch ihr, auch an dich, dass sie für T1 Turniere, die jetzt auch anstehen und wie viel Zeit vor allem wollt ihr den Spielern zur Anpassung geben? Ja, also ich denke, die Spieler haben sich ganz klar schon bewährt auf dem Academy-Niveau. Also man hat gesehen, dass sie auch gegen bessere Teams sehr, sehr gut spielen können. Ich glaube, das Niveau können sie halten und irgendwann muss man ja den Sprung machen, wie Roman schon gesagt hat. Und ich denke, dafür sind sie die optimalen Kandidaten. Der Zeitpunkt ist sehr, sehr passend. Und ja, ich denke, das sollte kein Problem werden, aber trotzdem gibt es natürlich eine gewisse Eingewöhnungszeit, ein neues Line-Up. Auch Umstellungen, Sprache und so weiter sind ein paar Faktoren, die natürlich erstmal eine Herausforderung werden, aber trotzdem eine, die wir sehr gut bewältigen werden, da bin ich mir sicher. Aber wie lange das natürlich dauert, weiß man nicht, aber wir wollen natürlich direkt Gas geben und uns direkt von der besten Seite zeigen. Aber Step by Step. Ich denke, die Jungs müssen jetzt ganz in Ruhe arbeiten. Das Coaching-Team hat eine super Arbeit gemacht. Wir sind gut vorbereitet. Wir starten am 3.7. mit dem Bootcamp, beziehungsweise Media Day und am 4.7. mit dem Bootcamp und werden den Biss Blast durchziehen. Das ist wieder ein sehr taffer Schedule, den wir vor uns haben. Aber wir sind gut vorbereitet darauf. Die Jungs wissen, was auf sie zukommt. Und ich freue mich auf die Zeit und bin da guter Dinge, dass das alles in die Richtung läuft, wie wir uns das vorstellen. Du hattest auch in dem Announcement-Video erwähnt, dass uns eben dieser deutsche Kern auch extrem wichtig ist. Noch mal eine Frage dazu, warum? Vielleicht um das hier noch mal grob zu erläutern in ein, zwei Sätzen. Und wo genau wir den Vorteil auch daran sehen. Das ist ja ganz klar. Wir machen E-Sport für die deutsche Szene. Das war schon immer die Philosophie. Und daran halten wir fest an dem Konzept. Und aus meiner Sicht sind wir dem Ganzen halt auch was schuldig. Ich bin ja auch in der deutschen Szene aufgewachsen. Wir haben auch damals mit internationalen Spielern immer unser Line-Up aufgestockt, die zu uns gepasst haben, die sich dann auch wirklich mit Big identifiziert haben, damals mit Maus. Und die einfach auch gezeigt haben, hey, sie wollen unbedingt für Big spielen. Wir wollen keine Söldner. Wir wollen keinen, der jetzt irgendwie mal sagt, okay, ich bin mal ein halbes Jahr da und nutze das als Sprungbrett. Das ist absolut nicht die Philosophie von uns. Und das ist einfach der Grund. Also wir machen das für die deutsche Szene. Wir wollen den deutschen E-Sport vorantreiben und werden das in Zukunft auch machen. Da wir ja auch in der Richtung Academy gerade sprechen, wie ist da der weitere Plan? Wie viel können wir da schon, wie viel ist schon set in stone? Ja gut, also im Moment haben wir vier Spieler im Academy-Line-Up. Tom, Luke, Effe, Sensei und Matze, Hype. Vielleicht noch Luke. Luke ist Arrow. Ja, wenn wir mal. Die vier Jungs sind fest im Line-Up. Wir führen schon intensive Gespräche mit potenziellen Kandidaten. Es ist tatsächlich nicht ganz so einfach, jemanden zu finden, der jetzt wirklich auf Ani zu uns passt. Weil ich meine, wir haben ja ganz klar gezeigt in der Vergangenheit, dass wir ein System fahren, wo wir halt eigentlich immer nur Kandidaten ins Academy-Team lassen, die das Potenzial langfristig haben, halt auch den Sprung hinzukriegen. Thema Zukunft, Thema Counter-Strike 2 oder Counter-Strike, wie wir es auch immer nennen wollen. Frage auch Richtung Team. Konnte das Team schon spielen? Fall kommt von Wizzy. Und wie viel Fokus liegt tatsächlich auch jetzt schon drauf? Unser Team hat absolut keinen Fokus auf CS2. Und das steht halt, steht auch noch so ein bisschen in den Sternen, wann das kommt. Also, Valve möchte natürlich möglichst schnell den Umschwung schaffen, aber dafür muss, glaube ich, noch viel passieren. Und ich bin der Meinung, dass man da, man sollte, man nimmt es, wie es kommt. Also, wenn die Ansage kommt, Event XY wird CS2 gespielt, dann wird sich da intensiv drauf vorbereitet. Und vorher spielt man so ein bisschen Just for Fun halt. Das machen unsere Jungs auch, aber doch sehr begrenzt. Könnt ihr mit Mantel voll auf Deutsch callen oder wird teilweise Englisch gegräut? Ja, also, wir werden auf jeden Fall auf Englisch callen. Wie die Zukunft aussieht, wird sich zeigen. Ob man vielleicht auch einen anderen Schritt weiter in Erwägung ziehen kann. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann er kein Deutsch. Dementsprechend wird das eine Umstellung auf die englische Sprache werden. Und ich denke, die Jungs werden damit auch gar kein Problem haben aufgrund der Erfahrung. Ja, so wird es kommen. Dann wahrscheinlich die Frage, die den meisten unter den viergängigen Band, unseren Pressevertretern. Wann können wir da Updates geben? Wer spielt? Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Wir werden das Line-Up zeitnah announcen und sind da auch eigentlich im Prinzip schon fertig. Wollen, aber wollen da noch ein paar Tage warten, bis wir das dann nicht wirklich veröffentlichen. Gibt es einen Langzeitplan, das wirklich veröffentlichen soll da eine ähnliche Wiedereingliederung wie ein Team geben, wie mit Kito, sobald er wieder da ist? Also, Josef ist jetzt frischgebackener Vater und konzentriert sich auf seine Family. Und wenn dieser Zeitpunkt abgeschlossen ist, also ich denke, das ist auch nachvollziehbar, wenn wir in zwei, drei Monaten werden wir uns zusammensetzen, werden ganz in Ruhe besprechen, wie die Situation ist und werden das halt neu bewerten. Also ich kann, wir können da nicht sagen, wir haben da jetzt keinen genauen Plan vor Augen. Das hängt halt, das ist halt ein privates Thema, was wir einfach berücksichtigen und wie sich das entwickelt, müssen wir uns einfach genau anschauen zu diesem Zeitpunkt, denn aus sportlicher und finanzieller Sicht trägt sich euer Nachwuchssystem bereits oder trägt euer Nachwuchssystem bereits Früchte. Wie wichtig ist es in Betracht auf teils hohe Ablösesummen und Gehälter von internationalen Spielern? Aus meiner Sicht enorm wichtig. Also wir sind ja bewusst den Weg gegangen, dass wir unsere Spieler selber ausbilden wollen. Deswegen stecken wir da auch sehr viel Infrastruktur und auch Geld rein, muss man ganz klar sagen. Also ich glaube, unser Academy-Team ist in dem Segment wirklich gut bedient und auch das, was wir außerhalb des reinen Gehaltes bieten, das bieten, glaube ich, wenige Orgas. Die Jungs wohnen teilweise monatelang hier bei uns in Berlin. Wir mieten Spielerwohnungen an, wir geben denen halt wirklich alles damit, damit sie den nächsten Step machen können. Wir laden die Familien ein, lernen die Familien kennen, wollen alle mit in unsere Vision, in unsere Philosophie nehmen. Und das ist halt einfach ein wichtiger Punkt bei uns. Genau, welche Ziele haben für das zweite Halbwert? Du hast gesagt, du hast jetzt keine Deadline gesetzt für das Team, irgendwelche Ergebnisse einzufahren. Aber habt ihr euch persönlich keine Ziele gesetzt? Unser klares Ziel ist, dass wir uns weiterentwickeln. Das ist natürlich nichts, was ihr hören wollt, aber wir sind natürlich jetzt durch den Wechsel erstmal ordentlich abgestürzt. Wir wollen die Rangliste wieder hochklettern. Wir wollen uns vorerst in den Top 20 etablieren und dann gucken wir jetzt Step by Step, wie weit wir noch kommen können. Das ist jetzt unser Ziel. Aber erstmal wollen wir als Team zusammenwachsen. Wir wollen eine gemeinsame Philosophie entwickeln, dass alle an dem gleichen Strang ziehen und einfach so einen Workflow schaffen, der allen auch Spaß macht. Und dann kommt vieles von allein. Das ist mein persönliches Ziel. Hier ist die Frage, ob man sich vorstellen kann, dass Tapsen in Zukunft vielleicht auch mal nicht callt. Kann man sich natürlich vorstellen. Also das sind halt Sachen, Johannes ist ein super IGL, ist aber auch ein Spieler, der ein Riesenpotenzial hat und den wir auch öfter als Starspieler brauchen. Das sind natürlich auch Überlegungen, die bei uns einfließen. Werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Aber momentan ist er halt unser Team-Captain und wie sich das alles entwickelt. Wir haben potenzielle Kandidaten bei uns im Team, die diese Rolle ausführen könnten. Ob wir da diesen Wechsel wirklich vollziehen, müssen wir dann einfach gucken. Aber es ist auf jeden Fall etwas, worüber man nachdenkt. Ich kann ja nochmal, es kamen jetzt einige Fragen zu Kito, ich glaube auch zu Tizi. Das sind natürlich immer, wenn ein Spieler, der so lange bei uns ist, uns verlässt, dann sind das immer schwierige Situationen. Und manchmal ist das aber einfach der Zeitpunkt, der ist irgendwann einfach mal da, dass man sagt, okay, pass auf, man geht auf einen freundschaftlichen, freundschaftlich auseinander und sagt, okay, man probiert mal einen anderen Weg, um sowohl der Spieler selbst als auch wir zu sagen, man bringt einfach frischen Wind rein. Also das ist, das war jetzt gerade bei Nils war das, glaube ich, Nils ist ein Spieler, mit dem wir unheimlich viele Erfolge gefeiert haben, dem wir unheimlich dankbar sind für die Vergangenheit. Wir werden in Zukunft auch immer miteinander sprechen, wir sind nicht böse auseinandergegangen. Ich bin mir sicher, dass Nils ein gutes neues Zuhause finden wird, da gibt es einige Gespräche und ich denke, er wird das auch relativ schnell umsetzen können. Tizi ist jemand, den ich, also auch als Mensch unheimlich schätze, ist ein super cooler Typ, der auch big verkörpert hat, jahrelang. Und er will unbedingt noch spielen, ich glaube, er hat es auch wirklich noch drauf und ich hoffe, er findet ein Team. Ich denke, er hat jetzt diese Transferperiode eine gute Chance und ja, da geht man auch absolut nicht mit, da ist kein böses Blut oder sonst was. Wir wünschen ihm alles Gute, er wünscht uns alles Gute, das hat man ja, glaube ich, auch in den letzten Streams bei ihm gesehen. Aber es passt halt einfach nicht mehr in unsere Konstellation, um auf die, zumindest Prosus und Zinn mal kurz zu blicken, Qualitäten der beiden. Ja, ich habe mir die beiden auf jeden Fall sehr genau angeschaut und natürlich auch schon längere Zeit verfolgt ein bisschen. Man muss ganz klar sagen, wenn man erst zu Prosus kommt, individuelle Klasse, sehr, sehr hohes Niveau, meines Erachtens, sehr Aim-Stärke, auch Game Sense. Also wenn man sich die Academy-Matches anguckt, wie er sich behauptet, auch gegen sehr erfahrene Gegner teilweise, glaube ich, deswegen für uns war es klar, dass er den Schritt machen kann und mit vor allem diesen Qualitäten glänzen kann. Also ich denke, dass er vor allem für Multikills und so weiter sehr, sehr gut zu haben sein wird und vor allem mit wachsender Erfahrung dann, wenn er halt diese ganzen, diese Zeit im Main-Team verbringt, wird er nur noch besser werden. Und ich glaube, deswegen ist er ein sehr guter Pick. Und Zinn natürlich hat schon ein bisschen geschnuppert in dem Main-Team und man merkt das ihm auch an, also wenn man seine Matches anschaut, dass als IGL im Academy-Team so ein Overview zu haben, sehr viel Impact Mid-Round zu haben, immer ans Limit zu gehen, aber trotzdem nicht dumm zu sterben. Also er hat schon sehr, sehr gute Finesse und man muss dazu sagen, dass er auch sehr krass umschießen kann. Also er ist ein IGL, das darf man nicht vergessen, im Academy-Team gewesen. Und ja, und trotzdem hat er sehr, sehr krasse Stats gefahren und individuell behauptet er sich. Und trotzdem hat er halt diesen Impact mit Gamesets und so weiter. Also beides Hochkaräter in meinen Augen. Ja, im Endeffekt danke, dass ihr uns da halt weiterhin unterstützt. Und das ist jetzt nicht einfach so eine Floskel, also uns ist das wirklich viel wert. Wir wissen immer, dass eure Unterstützung halt da ist und für die Jungs ist das unheimlich wichtig. Also für uns auch, aber für die Jungs ja noch viel, viel wichtiger. Und ich, den einzigen Wunsch, den ich so ein bisschen habe, also das ist jetzt sicherlich, trifft das jetzt nicht so viele hier im Chat, aber dass wir so als deutsche Community einfach enger zusammenrücken und uns gegenseitig unterstützen. Und wir einfach gemeinsam an dieser Vision vom deutschen E-Sport halt arbeiten und da halt gut vorankommen.